äh wo stehen die denn alle alle ein bisschen beschissen meine erst recht die linke seite würde sich gerade lohnen die blauen ein schaf hier so jetzt so der taste und der bau und enter man ja enter ja da steht er gut wie die anderen sagen eine schöne mine den liegen platina mit er lebt man auch erlebt noch genau kommt genau auf den der bingst du der sheetet war klar ich wusste wollte ich eigentlich machen macht den anderen auch gleich 150 daneben weg ja übertreibt man nicht der ist hinüber der dicke darf er bleibt damit stehen oder was ja der ist hinüber ne doch nicht glück gehabt ja wenn ich ja spring ja doppel doppel genau oder einmal einmal macht er nach vorne ist der grüne stein da heute mal weg jetzt gar nicht das wäre mir meine rechte maustaste und baby ist ja jetzt einfach nur lehrt hast du nun ganz schön abbauen springen ja noch mal ja genau ja genau gut hat doch geklappt hehehe jetzt war mein fast mit erwischt oh hm hm ja 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 jawohl läuft ja nett ich weiß ja auch sie denn feines dafür eine banane ach da kann sie hinlegen scheife aber das laden gibt mir auch im sack hat kreuz verdächtig lang nein macht das nicht Boah, macht der wohl. Hol doch lieber die... Die Vierschlag kommen, der geht mit dem Tod. Ah, schade. Fuck. Ah, Mist, ey. Das ist scheiße, was machst du da? Boah, 152, Alter. Mann. Was überlegt der jetzt schon wieder? Guck, wo du bist. Ich glaube auch. Du Penner, ey. Musst du jetzt die Mörser auspacken? Aber nein, ah, du Stricher, ey. Penner. Da gebrache. Fuck. Oh, hier ist der auch noch dran. Da, den roten und den blauen da, rechts neben dir. Ja, den roten und den grünen. Hast du gesagt. Du kannst das Ding noch anlassen. Einfach jetzt wieder in rechte Mausklasse, im Menü gehen. Und dann Enter drücken. Nicht leer dafür, Enter. Jetzt hast du wieder... Scheißegal. Probier einfach. Aber du musst dann wegrennen. Ess ihn auf. Ess ihn auf. Boah, der kam da sogar noch hoch, ey. Wahnsinn. Wumms. Bam. So. Was haben wir denn hier alle noch Schönes? Da oben den 135er. Nee. Ich will einfacher. Nee. Witzig ey. Na super. Nein, die Scheißgift. Nein. Aber ich muss sagen, äh, Shark hat noch verdächtigt viel, ne? Ich glaube, der noch alle, ne? Der noch alle. Der ist dick, der kommt nicht so weit hoch. Hm, das war's. Das war ja nicht gerade gut. Ich muss so lauter aus. Na, das stimmt. Geil. Schief, schief. Können wir sich nicht teleportieren? Nö, der könnte springen paar Mal, vielleicht geht das. Nicht niesen. Ja, ist klar. Na, die Scheiß. Ja. Das ist vernünftig. Oh. Das viel was bringt. Weiß ich nicht. Oh ja. Das war doch nicht schlecht gewesen. Ja. Das haben wir besser gemacht. Ja. Das war gut. Das war sehr gut. Nicht gar nicht. Das war gar nicht gut, Mann. Vorsicht mit Juckpack, das ist ein dicker. Soll ich mir das von der Ferne? Du kannst, äh, Lust an das machen, ja. Da oben rechts. Oder da drunter ein Abpalm. Voll. Da ist einer von dir bei. Die beiden, genau. Hast du genommen? Bisschen höher? Ufo, oder was? Ufo. Ufo muss nur. Nicht nix. Nö. Rechts hab ich nix. Hm, jetzt ist sie vorbei. Ja. Ja, mach ich nicht. Hast ja noch drei Stück. Alle vier hast du sogar noch. Da oben noch ein Bugel, da. So. Komm, wir haben schön krall dich fest, krall dich fest. Ich lebe dich bei der sie um. Nein, nicht bei dir nebeneinander. Fuck. Das war scheiße. Wow. Wie, du hast auch einen. Was? Ach, nein, Fly. Na, hat aber nicht so viel gebracht, vielleicht ist einer nur tot, wir haben nur einer, gottverdammt. Mist. Ich hab das Gefühl, das Shark gewinnt mit allen vier Bürmchen noch. Alter. Mach den blauen weg da, komm. Hören wir das nochmal? Rechte Maus. Mach den gelben weg, der redet nicht. Nee, da war noch von dem. Schlauze. Das war jetzt Wasser, ne? Nee, noch nicht. Der ist hinüber. Jawoll. Tschüss. Fällig. Nee, du verpiss dich jetzt wieder. Nee. Nee, 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 nee. Äh... Naja, komm, egal, das reicht auch dir. Gerade vor eben. Hau zu. Ja. Gerade soeben. Ich sag diesmal nix. Drück nochmal der Taste. Drück nochmal der Taste. Drück nochmal der Taste. Hast du das wirklich gemacht? Ja. Das war ein Fehler. Ich bin dran. Ich bin dran. Hör auf. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Äh, was haben wir denn nie noch schönes? Okay. Hast du diese scheiß Taste? Das war wohl nicht mit der Taste. Ne Mine, oder was? Ja, reicht doch. Dann kann man gleich noch mal sicher gehen, oder? Ja. Wenn dann immer noch so viele mit in den Tod wie es geht. Ja. Ja. Nein. Nein. Lass den. Nix mehr. Äh, holi mehr. Äh, ein Schaf? Oh, okay. Nix bringen. Was? Enter, ne? Ja. Und wegfliegen. Ah, du hast ja sehr toffen. Nein, 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 nein. Das reicht nicht mal. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich find das gut. Hast du doch nicht gewinnen, was soll denn dann? Ja. Ja, aber wieviel Schafrecks hast du eigentlich? Ich bin noch. Ja, komm. Ist das dann eben die Honor-Win? Mario. Mario. Was haben wir denn hier noch? Scheiße. Und noch Schrott. Das ist das, was ich noch machen konnte. Jetzt wird's knapp. Aber jetzt fliegt der hoch. Schnauze. Nicht sagen. Und nimmst du nicht. Nein! Ah! Du Penner! Wohin? Weit nach rechts. Na, der hat den Dicken, ne? Dann muss der trotzdem hochkommen. Das war gut. Das gefällt mir. Ne? Was hat er da vor? Ich weiß nicht, ob's was bringt. Weit weg wahrscheinlich. Und du kannst hier selber mit um. Aber naja, mach man. Nach links jetzt gehen. Hoch. Und volle Gnade drücken. Schnell, schnell, schnell. Jetzt zurück. Der Tasse. Jawoll. Nein! Den Luis. Ah, genau so ein Pixel da oben, ey. Na, das wird's ärgerlich. Tutsch. Ah, alles wird gut. Tutsch. Tutsch. Das Looper scharf. Bam! Gewonnen. wenn er jetzt doch gewiss traurig passiert das ist ja ganz lustig an das spiel